Wie ihr seht, wir haben leider noch keinen dritten Spielpartner gefunden. Aua. Mach das doch nicht so. Zack. Hä? Was machst du jetzt? Da nimmt man den Zauberer, oder wie war das? Jetzt kriegt er noch auf dem D, jetzt weil er nicht wegläuft. Warum läuft der jetzt nicht weg? Ist der doof. Du musst nicht den rechten nehmen, du musst den linken Stick nehmen. Ja, habe ich zum Laufen genommen, aber wollte er nicht so wirklich. Keine Ahnung, warum. Nein! Oh! Du musst schon springen. Ja, da muss ich ja erstmal noch alle Tasten wiederfinden. Das ist ja neu, das Spiel für mich, ne? So, jetzt hab ich's geschafft und ich hab gleich ein grünen Gericht. Ja, und ich muss jetzt hier unten verhungern. Bleib mal lieber oben. Schaffst du, oder soll ich helfen? Passt schon. Okay, da ist er. Und da geht's weiter. Kann das Checkpoint sein? Checkpoint? Glaub ich schon. Da unten ist auch noch was am Blinken, ne? Ich glaube, ich muss mal umschalten. Ich brauch was, was kämpfen kann. Achso, wenn du der eine bist, dann kann ich da nicht sein, ne? Oder wie war das? Genau. Das ist ja voll gut. Warum glitzert das hier so? Weil das die Blumen sind. Okay. Ah, da ist ein Pils. Ach, das ist so ein... Da kann man bestimmt drauf springen, so, ne? Nee, ich glaub nicht. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre wie so ein Trampolin, weißt du? Mhm. Okay. Ähm... Wir wissen, ich nehm mal, was da liegt, ne? Naja, ne... Manatrank hab ich genommen und eine Erfahrung aufgenommen. Soll ich dir den Wiffel auf den Kopf schmeißen? Ja, ja. War ja nur... Oh, was ist hier los? Ein Skelett? Das hat mich gehauen. Wo ist denn ein Lebensbalken? Seh ich gar nicht. Oben. Du bist schon halb tot. Ach, da. Oh, ich komm doch nicht auf diese... kleine Plattform. Na, super geklappt. Okay, ich bin nicht der Einzige. Und hopp. Oh, super, ich schaff's nicht. Jetzt hat's geklappt. Und da war bestimmt so ein Ding, ne? Wie heißt es, sag schon. Ach so, da muss man die Tür kaputt machen. Willst du der Nahkämpfer sein? Ist mir egal. Bin ich der Nahkämpfer. Vielleicht besser für mich. Wie tut der denn sch... Lagen? Ach da, auf blau. Alles klar. Oder auf die hinteren Großen. Und jetzt? Da ist ein Geschenk drauf. Siehst du, das ist ein Geschenk drauf? Sehe ich, ja. Sehe ich auch. Aber da unten ist ein Grüner. Den hole ich, okay? Okay. Na, ich glaub, man nimmt mir lieber den Magier für. Okay, das war falsch. Okay, den Grünen hab ich geholt. Wo ist mein Maustag? Wo ist mein Maustag? Gar nicht, oder was? Wie ging denn dieser Wurfhaken da mit dem... Genau den mein ich. Muss ich jetzt auch noch haben, ne? Mhm. Nee, nee. Recht. Der... Große. Ja, hab ich gemacht. Aber dann kommt Pfeil und Bogen. Nee, nee. Der... Wo man hier auch so weiß. Genau der. Jetzt komm ich hinter. Und hui, buh. Okay. Muss ich jetzt wieder Magier sein, oder was? Und da unten kann man auch hin, aber da ist Aua, weh. Aber man kann auch... Und da unten gibt's auch nix zu holen, oder? Siehst du da was? Nee. Dann kann man besser oben lang, oder wie? Aber kann man gar nicht, ne? Da oben muss man sogar, da sind zwei Grüne. Warte. Du hast gesehen, wie elegant. War reiner Zufall. Eigentlich hab ich das nicht geschafft. Okay, du kommst. Das lag an mir. Bei mir steht Levelaufstieg. Bei dir steht Levelaufstieg? Wo denn? Ja. Ich will keinen. Ah, hier. Vielleicht... Ich hab das nicht... Was ist das denn? Was machst du? Da ist irgendwas hochgegangen. Dieses Zahnrad da oben, das Blaue. Ja, dann geh nicht so weit. Dann geh nicht weiter. Oh. Da kommen immer mehr. Puh. Ich mach alles kaputt. So, jetzt warte mal. Jetzt ist es aufgegangen. Nee, ich geh durch das Tor, weil da kommen immer mehr Skelette. Nee, jetzt kommen wahrscheinlich wieder mehr. Bleib doch mal stehen. Da oben ist noch einer. Ja, weiß ich. Warum soll ich denn stehen bleiben? Ja, damit ich das mal zu... Damit ich das vorlesen kann. Wo war was zu lesen? Ja, bei mir. Ich hab Fähigkeiten. Ach so, das weiß ich doch nicht. Sehe ich das hier auf meinem Bildschirm? Ich glaub nicht, ne? Hab ich doch grad gesagt. Ach so, ein Level-Up hast du gesagt. Aber doch nicht, dass man da lesen muss. Ja, da kann man Fähigkeiten noch machen. Hast du gemacht, die Fähigkeiten? Nee, ich... Oh. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Natürlich muss ich genau da reinspringen. Ja. So. Zurück, da in den Zwischenraum oder wohin? Nee, nee, wir können ja hier stehen bleiben. Wir kommen ja keine Gegner. Ja, gut. So, also. Zauberer. Kiste, Stufe 1. Zauberer kann eine Kiste in die Welt hinein zaubern. Dabei lässt sich die Größe jeder Kiste verändern. Durch den Zaubervorgang verliert der Zauberer etwas von seinem Mana. Zu Anfang kann der Zauberer jeweils nur eine Kiste herbeizuern. Nächste Stufe erlaubt dem Zauberer zwei gleichzeitig existierende Kisten herbeizuzaubern. Also man kann ja eben halt zwei Kisten haben. Mhm. Und... Wenn man, ähm, die Dieben, den Bogen, man schießt eben halt einen Bogen aus der Ferne und kann den Gegner schnell töten. Mhm. Und wenn man das upgradet, kann man eben halt zwei Pfeile schießen, zur gleichen Zeit. Und, ähm, wenn man beim Ritter den Schlag skillt, dann hat man eine fünfprozentige Chance, einen kritischen Treffer zu machen und den dreifachen Schaden zu machen. Ich glaube, ich nehme... zählt das wohl für uns beide? Du musst dran denken, dass wir schon den einen kaputt haben. Da können wir nicht mehr wechseln jetzt, ne? Doch, da wird der, glaube ich, irgendwann wieder... Regeneriert, ja. Aber momentan ist der kaputt, ne? Der Schwertkämpfer. Mhm. Ich glaube, ich nehme erst mal den Zauberer, weil das... Ja, ich glaube, das macht taktisch Sinn, dass man weiterkommt. Mhm. Und hier steht auch Inventar. Ach, wir können auch was ins Inventar tun. Ja, guck mal an. Ja, guck. Wo ist das Inventar? Mach's was auf. Oh, da oben ist noch was Grünes, guck mal. Oh, ich sehe es nicht. Oben links. Ach, jetzt sehe ich es. Warte. Geh mal ein bisschen nach hier. Ich kann nicht springen, mehr ist kaputt. Komm mal ein bisschen zu mir. Kann mich auch nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, so ein Shit. Mein Controller ist ausgegangen. Ne, jetzt geht er wieder. Jetzt geht er wieder, genau. Komm mal ein bisschen zu mir. Der ist wieder ausgegangen. Meine Batterien sind wahrscheinlich alle, wa? Na super, das passt ja gut. Da steht, du willst den Charakter wechseln. Ach so, das kann man auch machen. Ne, mein Controller ist alle. Das ist jetzt aber doof, ne? Ich glaube, dann unterbrechen wir die Aufnahme, oder? Na, ich glaube, das kriegen wir auch schnell hin, eigentlich. Maus, wie geht das mit Maus und Pfeil und Tasten? Geht's auch? Ne, ne? Da müsste ich jetzt das Spiel umstellen, genau. Warte mal, ganz schnell mache ich das. Ich muss mal gerade gucken, ja. Es rappelt vielleicht ein bisschen, aber ich denke, ich habe hier schnell was griffbereit. In der Hoffnung, dass es dann passt. So, guck mal, ob du an das Grüne da oben schon dran erkommst. Ja, deswegen wollte ich ja gerade, dass du da ein bisschen weg gehst. Nee, springst du mir auf den Kopf, oder was? Ne, ne, ich kann ja zwei Kisten machen. Mhm. Und damit habe ich das auch gekriegt. Okay. Ne, will ich gar nicht. Amadeus heißt der Zauberer. Mhm. So, dann gucken wir mal nochmal, ob das geht. Sieht gut aus. Bis jetzt funktioniert's noch. Soll ich da hoch, oder nicht? Ich war da ja schon. Ach, du warst schon da, okay. Jetzt schmeiße ich erstmal die Kisten runter, ne? So, und dann muss ich da unten rauf. Jetzt brauchen wir vielleicht mal ihren Kämpfer. Du musst das Skelett töten. Ja. Ich kann nicht kämpfen. Ja, mit deinem Bogen. Nee. Du stirbst gleich, jetzt haben wir keine Chance mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Super. Jetzt haben wir verloren. Wieso tust du dem nicht kaputt machen mit... Ja, wie denn? Du bist doch Zauberer, hol denen doch so'n Würfel auf den Kopf. Ja, das kann ich auch so gut. Gut, dann haben wir das schon geschafft. Das ist ja schon mal richtig cool gewesen, ne? Letzten Checkpoint versetzt. Anstatt da oben stehen zu bleiben, das hätte ja Sinn gemacht, oder? Bis ich die Batterien gewechselt hab. Hast du doch schon. Na, ich musste erstmal gucken, ob's auch richtig funktioniert. Da bist du schon losgelaufen. Da bin ich schon losgelaufen. Genau, wer sonst? Ja, einer muss schuld sein. Da oben, was ist immer noch nicht da? Ja, ich hab keine Ahnung davon, genau. Hier, jetzt kriegst du das Schwert, doofes Skelett. Nee, nee, nee. Du kommst hier nicht hin. Oh, du hast einen ganz hinten getroffen. Na, guck mal. Ich trau mich hier gar nicht rüber, weil ich Angst hab, dass ich runterfalle. Doofes Skelett. Na, oben hätte man lang gehen können vielleicht, aber naja. Oh. Ich glaub, ich geh hier oben lang, das hörte sich schon so kaputt an. Das geht aber, glaub ich, nicht kaputt. Ah, shit, nicht geklappt. Ich will wissen, wo's hier unten lang geht. Ah, der ist gestorben, also ich glaub ich, da geht's unten nicht weit lang. Okay, ich hab rüber geschafft. Ich gucke, wo du bist. Da geht's unten nicht lang, gut, ich spring nach oben. Da muss ich oben bleiben, ja? Oh, ich hab so ein Zahnrad wieder aktiviert. Hat nicht geklappt, was ich vorhatte. Ach, da muss man mit dem Zauberer oben diese Bretter gerade machen, ne? Aber wahrscheinlich hat das irgendwie ein System oder sowas. Keine Ahnung. Hm. Ah, ja, und dann geht's. Jetzt muss das andere Brett rumschwingen. Andersrum muss das, ne? Verstehst du? Ja. Das brauch ich nicht. Ich bin zwar kein Dieb, aber trotzdem. Oh, und sei. Ja, super. Hat gut geklappt für mich. Ach, ich muss da oben lang, ne? Ja. Ja, dann mach ich das mal für dich. Okay, dann muss ich da nochmal hin. Nee, das geht gar nicht bei dem. Ja, super. Fall ich auf der anderen Seite wieder runter. Auch schön, ne? Dieses Zahnrad ist ein Speicherpunkt, ne? Mhm. Was so geht, hast du? Ja, ich weiß noch nicht, wann ich komme, aber irgendwann komme ich. Ja, so klappt es nämlich nicht und jetzt dreht sich's andersrum. Nee, ich bin der Zauberer. Ja, halt mal fest, bis ich oben bin. Ja, das geht ja auch so gut. Schaffst du? Na klar, dann muss ich jetzt nur noch. Ja, ich bin schon oben jetzt. Ja, ich war eben schon oben. Ja, warum bist du wieder runtergegangen? Wollte ich gucken, weil du was machst. Neugierig. Das wird doch für meine Zuschauer langweilig. Na dann. So, und jetzt, was passiert jetzt? Da unten macht's Aua. Kann man da oben rüberspringen? Da oben ist irgendwie noch was, ne? Das kann man runterholen oder so? Ja. Oh. Ja, es geht hier auch weiter, oder nicht? Naja, ich will nur noch... Hat wohl keinen Sinn gemacht, ne? Oh, hier fällt Feuer von der Decke. Meinst du, es klappt so, durchzulaufen? Ja klar, das war ja auch im Tutorial so. Okay. Wofür ist da ein Schwert? Ich kann's nicht nehmen. Hier vor mir ist ein Schwert. Das ist bestimmt von dem Skelett. Okay. Excalibur. Kann ich nicht aufnehmen. Ich muss da oben lang? Ja. Ich kann dir auch ein bisschen helfen. Wofür ist da oben lang? Oh. Du sollst gleich nicht da drüberspringen. Nein! Du hast ja gut geholfen. Ja, du bist durchgekommen. Ja, klar. Sollte man ohne Verluste machen. Oh, da ist ein... Oh, da ist aber gerade noch so geklappt, ne? Ach, das soll das sein. Da ist ein Schalter, da muss man drauf. Und dann geht da unten die Tür auf, also wir müssen wieder zurück. Ui. Wunderbar. Ja, ich bin aber am überlegen, wie wir zurückkommen. Da unten ist ja echt ein toller... Oder, ne, das sind doch keine Fallen, oder? Ach, da kann man was gerade machen, genau. Auf der anderen Seite, guck mal, kannst du das hochklappen? Ne, das rechte. Ich hab grad ne Idee. Rechts ist was zum hochklappen, ob das stehen bleibt vielleicht. Wo ich vor mir stehe, siehst du das? Ja, das wollte ich nicht. Warte mal, ne, das kann ich nicht hochheben. So, jetzt heb den anderen über mich rüber. Oh, da unten geht man doch kaputt. Ich bin rüber. Pass auf, da ist Feuer. Na super, und wie soll ich das schaffen? Spring, komm mal rüber, spring. Oh, die andere Art ist, das ist eh mal lustiger. Warte. Da unten ist wieder Feuer, wieder was für mich. Ey, nicht mich runterschubsen, ne? Geht er da runter? Ja. Wo muss ich denn hin? Oh, ich hab mein Skelett getötet. Ja, sieht wohl so aus, ne? Oh, da sind ja noch mehr. Oh, oh, was muss man hier machen? Okay, ich geh vorbei, warte. Einen Speicherpunkt hatten wir da, glaub ich, wieder, ne? Ja, und ich glaube, es ist auch Zeit, an, ne, an das Speichern zu denken. Ja. Ich weiß nicht, kann man da runterspringen? Ne, du musst das mit deinem, weiter, geh mal von dem Typen weg. Wo Typen weg? Ja, mach mal Charakter wechseln. Ach so. Hier, musst du so machen. Ach so, und dann langsam runterlassen, alles klar, ja. Oh, ich seh schon, das ist wieder nix für mich. Ja. Also ich bin rüben. Ja, dann müssen wir Charakter wechseln machen, ne? Ja. Und wie geht das? So? Ah, man kann hier unten stehen, okay. Das hättest du ein bisschen früher machen müssen. Ja, schade, ne? Jetzt nochmal Charakter wechseln. Okay. Und wie geht das? Einfach weiter, ne, laufen, oder? Ja, aber ich... Ja, doch, bis zum nächsten Checkpoint müssen wir das dann machen, ne? Ja, dann lass uns hierbleiben, oder? Nein, sonst würden wir ja gleich... Dann müssen wir das nochmal machen, dann wär's ja umsonst. Da oben ist er schon. Oh, hallo. Wo bin ich oben, ne? Ich bin unten, okay. Sie mögen es nicht, dass wir hier sind. Ja, deswegen würde ich mal sagen... Hast du's auch gehört? Ja, sie mögen es nicht, dass wir hier sind. Ja, dann würde ich mal sagen, das ist ein guter Abschluss. Genau, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Und hoffentlich vielleicht dann ein guter Gast. Mit noch einem mehr, ja. Okay. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.